Oh nein 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 aus Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, genau heute gibt es hier ein neues Let's Play und zwar zucken wir heute Never give up Wir machen wieder weiter, da wir bestingen geblieben sind, ich weiß gar nicht ob es überhaupt noch Doch es geht natürlich noch weiter, es gab noch Hardcore-Models oder whatever Weil hier haben wir irgendwelche Inseln freigeschaltet? Ne haben wir nicht, wir haben hier das hier Next Step Los geht's, los geht's Falls ihr euch das Spiel auch holen wollt, Link dazu ist in der Beschreibung, dann könnt ihr euch auch die Story dahinter anschauen, die hab ich mir jetzt nicht angeschaut Wie soll man das denn hinbekommen? Ah, ok, war doch leichter Oh, das ist aber gefährlich Ui, ok, gut, sehr gut Moment So Oh, scheiße, egal, wir haben eh ein Mittelziel erreicht So Das wird nur schwerer werden Hä? Ich habe immer auf der Kindheit der Checkpoints Okay, jetzt einfach in die andere Richtung Die Rechte! Übrigens, der da redet, ist nicht dieser komische Lautsprecher, das dachte ich so nicht Ihr seht's am Mund Ich dachte nämlich, in der letzten Folge ist die ganze, diese hässliche Lautsprecher, habe ich die ganze Zeit zu, aber das ist er selber Naja, egal Ja, das weiß ich Das mache ich ja auch nicht mit Absicht Yo Wie soll ich das hier hinbekommen? Ah, ok Gut Sehr gut Oh nein Was wird Space to give up? Ich werde nicht aufgeben Das Spiel heißt Never give up Oh, fuck Hä? Yo Was ist das denn, Digga? Ah, ok Lol, da haben wir jetzt Glück gehabt, aber richtig So Er eben, dieser Lautsprecher ist Und ich dachte, der labbelt uns die ganze Zeit so zu Aber das ist er selber manchmal, der redet Das ist der Typ, den wir spielen, der ist das manchmal selber einfach Oh, was ist das jetzt für ein Lasthorn? Oh Oh Was? Ok Yo So Was soll ich denn machen? Soll ich durchschledern? Ok, so geht's auch Schledern wir lieber durch Scheiße Ich, jetzt habe ich mich vertippt Mein Gott Diese Scheißkanone, ne Die ist so heftig am abfucken Alter Ich, jetzt habe ich mich verarschen, Junge Alter, Junge Wie soll ich das denn hinbekommen, Junge? Was ist denn das für eine Kacke, Alter? Verdammt Oh, ich werde niemals aufgeben, was du sterben Oh, ich werde niemals aufgeben, was du sterben So Yo, Alter, das ist ja richtig unfair Alter, das ist Fuck So Yo, what the fuck, Alter, wie bin ich denn jetzt gestorben? Ich habe es, ich habe es, ich habe es So So, okay Was geht denn so? Alter, als ob die jetzt noch solche Scheißstacheln gemacht haben Vor allem, wir haben Easy Mode eingestellt, immer noch, ne So 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 GG Das war aber noch lange nicht alles Ja, moin Jetzt fallen da noch Bomben runter, dass ich da schön nicht stehen bleiben kann Mein Gott, diese Kacke-Kanone, ne Oh, what the fuck Alter Hä? Hä? Ja, das denke ich mir gerade auch Wie soll ich das denn hier hinkommen? Ah, okay Hat doch geklappt Ja, Alter, guck mal So What the fuck, warum, warum steht man denn dann diesen Scheißding an? Ich habe mich nicht bewegt Ich habe mich nicht bewegt So Ja, guck mal Aber dann fällt er runter, wenn ich nicht springe Wenn ich springe, dann sterbe ich auch wegen den Zahnrädern Was ist denn das für eine unlogische Scheiße, Junge? Ja, jetzt hat es geklappt oder was? What the fuck? So Das ist niemals ein Easy-Mode, Alter, ohne Scheiß Yo Hey, er hat einfach abgebremst, what the fuck So Oh, halt einfach die Klappe, du scheiß Lautsprecher Yo, Alter Ich habe doch doch einen Checkpoint gehabt, oder nicht? Jetzt habe ich einen Checkpoint Yo, what the fuck, Alter Was ist denn mit dem Spiel los, Alter? Hey, ich habe doch, what the fuck, Alter Hä? Wie soll ich denn da lang kommen? Hä? Habt ihr das gesehen? Wie soll ich denn das hinbekommen? Guckt euch das mal an Hier oben Also, bitte Jetzt mal ganz ehrlich Wie? Das ist unmöglich Guckt euch das mal an Das ist unmöglich Ouh, mein Gesicht Hä? Er ist mit den Beinen aufgefallen und sagt, oh mein Gesicht Junge, er springt ja nicht mal weit genug Was ist denn das? Ich muss damit einen Doppelsprung machen, aber er schafft das ja nicht mal vom Doppelsprung her Das ist ja... Hä? Wie soll das denn gehen? Ouh, meine Arme Ich, ich drücke doch die ganze Zeit, what the fuck? Äh, das ist niemals Easy Mode, ohne Scheiß Das könnt ihr mir nicht sagen Das ist niemals ein Easy Mode Ah, meine Arme Ich hab doch einen Doppelsprung gemacht, what the fuck? Ich check's nicht Junge, es ist so kacke Ey, ohne Scheiß nicht Es ist so kacke Ja, komm, fett Jetzt, meine kleine Intestine Ah, meine Knie Oh, meine Knie Ich kann's nicht tun, Digga Es ist so kacke Oh, ich kann's nicht tun, Digga Es ist so kacke Wieso macht er einen Doppelsprung an der Wand? Oh, mein Spleen Guckt euch das mal an, Digga Ja, komm, Alter Ich hab Give Up gedrückt Wie, wie soll das denn gehen? Digga, wie, wie soll man das Ach, die Fresse, Digga So auf'n Wichser, Junge Alles klar, das Wasser mit dem Einstelle machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal weiter Wenn würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Ich hab sowas von keinen Bock mehr, Alter Ja, und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und solltet ihr keinen Video mehr verpassen Dann sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Video Bis dahin und ciao